Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4047 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lisa hat mir den Link geschickt. Ich werde mich sofort bewerben. Lisa hat mir den Link geschickt. Ich werde mich sofort bewerben. Im Tonstudio höre ich zum ersten Mal die Musik, die der Komponist für mich ausgesucht hat. Im Tonstudio höre ich zum ersten Mal die Musik, die der Komponist für mich ausgesucht hat. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat mit meiner Kreditkarte. Wir beide machen heute einen schönen Ausritt über Wiesen, Felder und durch den Wald. Wir beide machen heute einen schönen Ausritt über Wiesen, Felder und durch den Wald. Wir beide machen heute einen schönen Ausritt über Wiesen, Felder und durch den Wald. Warum funktioniert das hier nicht? Ein letztes Spiel und dann ist es Zeit für dich ins Bett zu gehen. Erdmännchen sind sehr wachsam. Sie passen auf ihre Familie auf. Möchtest du die rote Beete probieren, die hier vorne auf dem Teller liegt? Möchtest du die rote Beete probieren, die hier vorne auf dem Teller liegt? Nimm dir Zeit beim Zähneputzen. Ich zeige dir noch einmal, wie es geht. Nimm dir Zeit beim Zähneputzen. Ich zeige dir noch einmal, wie es geht. Ich mache ein Video und stelle es online, damit auch andere vom Passwortmanager erfahren. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben den Fußball immer dabei und spielen gerne nach der Schule. Wir haben den Fußball immer dabei und spielen gerne nach der Schule. Wir haben den Fußball immer dabei und spielen gerne nach der Schule. Es ist alles komplett. Wir können den Bauantrag bei der Stadt einreichen. Dies ist ein Militärflugzeug aus Australien. Dies ist ein Militärflugzeug aus Australien. Hosenträger für Frauen sind in Mode. Ich habe rot gewählt. Beim Kartenspielen mit meinen Freundinnen vergeht die Zeit wie im Flug. Beim Kartenspielen mit meinen Freundinnen vergeht die Zeit wie im Flug. Ich bin Biologin, in unseren Gewächshäusern experimentieren wir mit Pflanzen. Ich bin Biologin, in unseren Gewächshäusern experimentieren wir mit Pflanzen. Kannst du aus diesen Trauben leckeren Traubensaft machen? Brauchst du noch andere Zutaten? Kannst du aus diesen Trauben leckeren Traubensaft machen? Brauchst du noch andere Zutaten? Kannst du aus diesen Trauben leckeren Traubensaft machen? Brauchst du noch andere Zutaten? Mein Lieblingseis ist Erdbeere. Aber es müssen immer mindestens vier Kugeln sein. Mein Lieblingseis ist Erdbeere. Aber es müssen immer mindestens vier Kugeln sein. Das ist das richtige Boot für uns. Damit möchte ich über das Meer fahren. Die Häuser stehen nah am Ufer des Kanals. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Oh nein, nicht schon wieder! Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Oh nein, nicht schon wieder! Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Oh nein, nicht schon wieder. Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Ich suche Pilze im Wald. Mein Korb ist fast voll. Ich suche Pilze im Wald. Mein Korb ist fast voll. Ich suche Pilze im Wald. Mein Korb ist fast voll. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.